Willkommen zu 5 komische Arten Platz 5 ist die Zombie Pigman Warum sie in Platz 5 sind? Sie sind halb Schwein, halb Zombie Und tragen auch noch eine goldene Schwert Und sie sind really weird Und sie haben auch eine Babyversion davon Und sie werden entstanden, wenn ein Blitz ein Schwein erwischt Dann werden sie Zombie Pigman Wenn du sie angreifst, werden alle aggressiv Ich weiß nicht wieso Wahrscheinlich liegt das bei der Familie Ich gehöre nicht dazu Also liebe mich trotzdem Platz 4 ist die Enderman Und Enderman können sie teleportieren Und wenn du sie in die Augen guckst Wern sie leicht aggressiv Und greifen dich an Und sie können ein Blöck aufnehmen Ihre Schwäche sind am Wasser für komischer Grund Ich weiß nicht wieso Ist keine weird irgendwie Aber wenn sie mit Wasser anspritzt Wackelt das falsch Werden sie irgendwie vergessen Was sie machen wollten Rekord Die dritte Art ist ein Gast Die Gast kommt an den dritten Platz Weil sie streichen so komisch Und können Feuerball spucken Finde ich eigentlich irgendwie jetzt komisch Und ja Deswegen ist es ein dritter Platz Und ja Und manchmal können sie eine richtig nervige Stimme haben Zum Beispiel jetzt Ja Ihre Stimmennerven richtig hart kommen Sie sterben Und so Und deswegen sind sie ein dritter Platz Platz 2 ist der Platz Oder wie man in deutsch sagt Lohn Und ähm Ja Warum sie in Platz 2 sind Weil Sie haben ihre Körper nicht irgendwie zusammen Deswegen finde ich es richtig weird Und sie können Feuerball spucken Genau wie die Gast Und Sie Sie sehen Feuer Was ist nicht komischer als das Platz 1 ist die Creeper Weil Sie sehen wie ein Grimdildo aus Ja Und die komische noch der Lanz Die können explodieren Finde ich auch irgendwie weird Weil Ja Und ja Der Schwächsinn ist noch eine Katze Das macht es noch komischer Ähm Ja Nichts mehr zu sagen Das Ja Aber Ja Ja